einen schönen guten hallo meine lieben freundlich auf youtube und herzlich willkommen zu einem neuen video und man sollte es kaum glauben wir befinden uns hier in minecraft und nicht verwundern nein wir sind hier im creative mode und das ist keine von meinen welten und auch kein catrian das hier ist ein privater server von meinem head mod nos einem catrian spielt hier drauf und von nina der ist auch mod bei mir und hander ist auch zuschauer bei mir das ist auf jeden fall ein server wo die privat ein bisschen drauf spielen und auf den ich neulich mal geholt wurde unter bitte von dem serverbetreiber der nos ist ob ich vielleicht mal gucken könnte warum der server so laggen würde der server war mit sehr vielen tics im nachteil also also hing einiges zurück und ich hatte dann damals an dem damaligen abend geholfen dass der server wieder ein bisschen besser funktioniert und ich werde heute mal diesen fix den ich dort gemacht habe ein bisschen weiter tragen und werde hier optimieren ich mache das ganze im creative menü einfach weil das crafting dafür am ende nicht so wichtig ist wie die jeweilige lösung was ihr euch vielleicht von hier dann mitnehmen könnt ist dass diese lösungsansätze die ich hier verfolge mit absicht so gehalten sind dass sie auf massen funktionieren und performant sind dabei reden wir davon dass zum beispiel ein system wie wir das hier jetzt zum beispiel gerade sehen wo ein einzelner plant interaktor wie wir ihn hier vorne haben eine komplette reihe an items abfarmt und eine vakuum chest dafür verantwortlich ist diese kompletten items auszugeben diese geschichte hier ist ein wenig arg unperformant vor allem wenn man das über zwei drei von denen macht aus dem einfachen grund weil die items halt eben auf dem boden liegen und rumgezogen werden und so was mit solchen sachen werden wir uns heute beschäftigen es wird auch viel ums me system gehen zu aller erst werden wir den schlimmsten punkt nehmen und zwar werde ich jetzt ganz kurz den zustand wieder erstellen in dem wir waren als ich das ganze gefixt hatte in dem ich zwei kabel wieder anschließe und das müsste unten auf der schienen nicht schienen schmelzen ebene sein das müsste noch eine weiter unten sein genau auf dieser ebene hier habe ich jeweilig immer die roten kabel geklappt gut ich glaube die waren sogar so jedes mal verkabelt in dem fall hier nehme ich mir mal ganz kurz den moment und mache so da muss ich nämlich später nur ein einziges kabel kappen und ich werde immer ganz kurz wieder neu verkabeln dann machen wir ein leck google scan wie das ganze system momentan läuft wie leggy das ganze ist und dann sehen wir uns sofort wieder und schauen mal wo die jeweiligen stellen zum optimieren sind ich hoffe sehr dass das in etwa das was ihr wolltet ist ihr wolltet auf jeden fall wieder ein minecraft video und ich hatte jetzt hier sowieso vor das ganze zu machen das ist übrigens mit dem einverständnis von den beiden beziehungsweise von den beiden aber von den zuständigen personen und deswegen hatte ich vor das gerade mal dann ganz kurz hier machen und zu zeigen wir sehen uns auf jeden fall gleich leute und zwar wenn das alles wieder an ist und wir den scan durch haben bis gleich hier sieht man gerade ganz gut dass jetzt die ticks wieder komplett in den keller gehen unser slime freund hier ist immer wieder am ruckeln und hüpft nicht gerade durch das liegt einfach daran dass hier eine menge von dem kompletten zeug momentan wie ihr hier seht problematisch ist eine sache habe ich noch vergessen bevor wir jetzt die leck googles machen können und zwar haben wir oben noch zwei queries beziehungsweise nicht zwei queries aber mehrere queries seht ihr jetzt schon wie es leckt ausgemacht gehabt ich mache die an dieser stelle mal wieder an einfach weil das das komplette wieder herstellt und ihr seht jetzt hier das ding läuft jetzt wieder los und läuft weiter und das ist halt alles was wir später optimieren müssen damit wir den einfach mit drauf haben auf unserer statistik dann warte ich jetzt ganz kurz eine minute und mache dann einmal ein scan und dann sehen wir gleich wie der server performt bis gleich so liebe menschen jetzt seht ihr hier schön sachen ploppen und leuchten das ganze hier sind lag googles wenn ich daran denke werde ich es unten verlinken das ist eine modifikation die sowohl auf dem server als auch auf eurem client vorhanden sein muss damit das ganze so funktioniert wie ich es gerade tue und ihr braucht auch eine core mod lest euch das ganze einfach mal durch und diese modifikation zeigt euch wie viele nano ticks nenne ich es mal theoretisch durch einzelne blöcke ausgelöst werden also alles farbcoded ihr seht zum beispiel hier dass die jeweiligen queries die hier in stärkster form momentan extreme nennen wir es mal vorsichtig lags verursachen das sind keine lags sondern das sind halt skips auf dem server die zu lags führen das ganze ist auch zum beispiel dass hier der hier wird zum beispiel zu der gleichen problematik und das kann ich euch daran erkennen lassen dass das ganze ding hier anscheinend immer wieder mal zusätzlich noch abgefüllt werden muss und abgepumpt werden muss auch das hier läuft über export basse und import basse so wie ich das sehe solche sachen gehören allgemein optimiert wir haben auch hier unten drunter einen block das hier ist ein conduit fassade das bedeutet wir gehen mal ganz kurz hier an den stein und poddeln uns hier zwei runter um zu sehen was wir da haben das hier ist ein plant interaktor wie wir hier also schon gesehen haben sind die schlimmsten blöcke bis jetzt die wir gesehen haben durften queries die quantum queries haben eine spezielle art und weise zu funktionieren darum sind die ebenso schlecht die farmen nämlich in einer anderen dimension und zwar wie normaler spieler farmen würde immer ein block nacheinander und scannen sozusagen dort immer das jeweilige vorstehende blöckchen dass die haben und bauen das dann ab oder halt das nächste erz bauen sie ab dass sie dort finden und das ganze führt dann dazu dass ihr die gesamte zeit über neue geladene chunks generiert auf einer welt in die ihr sonst so per hand oder zu fuß nicht reingehen würdet rafter hier die hier so existieren werden größtenteils eigentlich das problem haben dass sie durch die export und import basse zum leggen gebracht werden das wird auch erklären warum die hier zum beispiel die nicht mehr momentan arbeiten oder die kaum versorgt werden so gut wie nichts haben an leistung dass sie verbrauchen und warum solche sachen hier die ein wenig stärker exportiert werden sollen so was wie das hier wenn die leer sind ein bisschen mehr probleme versorgen ich glaube wir können per ich habe das ganze auf 5 gelegt wir können unsere resultate hier sehen und ich sehe hier zum beispiel die query die wir haben das ist die hier erhöht momentan ist ist unser stärkster feind was die lex angeht dann gibt es ein schaf das momentan extreme probleme macht dieses schaf wäre an dieser position hier das schaf hier macht anscheinend riesige probleme es hat sehr sehr wenig leben weiß nicht warum das noch lebt lasst es uns einfach eliminieren und die sache ist dann schon mal geklärt so einfach das ganz kurz mal wegnehmen wir können alles löschen bei uns im momental wir haben sowieso nichts dann gucken wir noch mal ganz kurz auf unsere analyse was wir dort noch haben wir hatten das schieb jetzt gerade wir haben hier den teil crafter den haben wir auch schon gehabt und wir haben hier zum beispiel noch einen verbuggten creeper den können wir uns auch angucken das wäre eine möglichkeit uns das alles anzugucken und so weiter aber wir können auch noch unseren blick ein wenig hier nach rechts wagen wir haben hier einen klaren fall dass die größten entities die momentan probleme machen oder die größte masse an entities die probleme macht die fluid chaos wären das bedeutet wir haben hier unten ich glaube auch hier oben haben wir scharfer genau und auch und teilweise ein bisschen was von denen und wir haben da unten wenn ich den teleport jetzt gerade akut finden würde ich glaube hier genau eine größere farm von fluid chaos und diese fluid chaos da ist jeder einzelne für microlex verantwortlich das ganze kann man theoretisch im laufe der zeit nutzen aber was wir hier dann dann eindeutig dazu sehen ist dass natürlich die jeweiligen sachen mit denen die arbeiten eigentlich auch größere probleme geben die plant wieder wieder einmal animal interaktors sind das in dem moment ich muss irgendwie gucken wie ich the one probe und so weiter die ach wir haben den world scan result der da oben immer dazu steht deswegen ist das gerade so komisch also hier haben wir auch auf jeden fall lecks die mit verursacht werden übrigens sind einige dieser kühe nicht so wie sie sein sollten sie sind nicht eingekerkert und nicht eingesperrt wir haben sehr viel verarbeitet und verlegt in conduit tiles bedeutet sehr viele conduits übereinander gelegt das werde ich nicht alles ändern aber wir werden auf jeden fall gucken dass wir alternativen suchen für die jeweiligen systeme und natürlich auch dass wir solche sachen wie die crafter hier ein wenig intelligenter absetzen wenn es denn möglich ist im idealfall haben wir später keine so hohen tics das bedeutet wir müssen ein bisschen gucken schaffen wir es irgendwann mal diese query hier ein bisschen zu optimieren warum ist gerade diese query dabei solche probleme zu machen und solche sachen müssen wir dann identifizieren jetzt geht es erstmal daran dass wir noch mal ganz kurz gucken wo momentan unsere lieben kleinen smelterys eingeordnet sind von der höhenordnung her wir haben hier 88 wir haben hier zum beispiel 157 das sind relativ hohe werte dafür was sie eigentlich tun sollen und das ganze erzeugt große probleme wie wir es jetzt gerade hier sehen kann das ein großteil der lecks verursachen und mit ansetzen ich werde jetzt folgendes machen wir setzen uns hier bei den queries mal zu aller nicht bei den queries bei den smelterys zu allererst hin und werden hier ein gescheites ablage entschuldigung ein gescheites abzapf system bauen und gleichzeitig werden wir gucken dass wir das ganze hier ein wenig performante im system unterbringen können und ich glaube dass wir das relativ gut schaffen können ich werde ganz kurz einmal gucken so vorbauen was wir da machen werde euch das dann erklären und werde das dann auf die kompletten sachen hier erweitern by the way das ist übrigens ein kleiner slimy und der hat auch 57 also so schlimm ist die zahl 57 nicht aber wir haben hier eindeutig noch ein paar problemchen was das ganze angeht ich mache jetzt erstmal die scan results aus für mich weil ich weiß dass hier die jeweiligen scan results sowieso gut anzeigbar sind und dann sehen wir uns gleich wenn ich die ersten änderungen gemacht habe um euch zu erklären was die beinhalten ist gleich so liebe menschen wir sind immer noch mit einem lägenden kleinen freundchen gesegnet aber es leckt nicht mehr so sehr wie zuvor immer noch stark wir haben hier ein wenig was neu verlegt ich habe mir ein eigenes me dance cable vom kern gelegt an der stelle möchte ich übrigens ganz kurz anmerken dass diese stelle hier theoretisch eigentlich keine gute stelle ist um den dance kabel anzuschließen da werde ich später vielleicht noch irgendwann mal ein kleines tutorial zu machen ich weiß noch nicht ob ich das hier mache oder ob ich das später meine ich die nächsten wochen tage monate jahre weil diese verkabelung hier theoretisch einem dance kabel insgesamt 64 kanäle belegt obwohl es nur 32 bekommen kann das bedeutet dass es eigentlich gar nicht so lukrativ das ganze so abzuhalten ich weiß nicht ob das vielleicht noch ein bisschen anders dargestellt werden kann beziehungsweise ich bin mir relativ sicher ist kann anders dargestellt werden und zwar mit p2p passen aber das ist eine sache die wir für wann anders mal haben wer weiß vielleicht erlauben mir die leute dass ich hier ein paar tutorials allgemein im creative mode an ihrer base durchführe das ja könnte als kommentar schreiben und so weiter und so fort ich werde euch heute zeigen was wir jetzt gerade eben gemacht haben oder jetzt erst mal zeigen was ich gerade gemacht habe statt einen dauerhaften export an lava in jeden einzelnen lavatank zu setzen habe ich mich mit einem einzigen ender tank der auf den farbcode orange 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 gesetzt ist zufrieden gegeben dieser wird mittlerweile exportiert und wird hier komplett vollgefüllt und auch dieser braucht nur am anfang seine acceleration cards wir können jetzt die acceleration cards rausnehmen denn ab jetzt reicht der export von 125 milli buckets pro einheit oder pro export vorgang sehr sehr gut wie ihr vielleicht hier sehen könnt ist hier momentan mit dem blauen teil nach oben der output bzw der output verschlossen nicht nach irgendwo anders hingelegt das wollte ich gerade sagen der output ist verschlossen hier ist der output offen wenn dieser tank auf rot oben gestellt ist dann exportiert er automatisch an anliegende blöcke seine inhaltenen flüssigkeiten und dadurch sparen wir uns hier jegliche arten von conduits das ist eine sehr sehr feine geschichte denn das problem ist ein gut gelöstes einfaches ein block problem mit einer sehr lukrativen und einfachen darstellung denn wir können hier mal gucken wir brauchen dafür lediglich vier blaze powder im normalfall zwei obsidian ein cauldron und eine ender pearl das ganze ist auch emc technisch miteinander zu kombinieren wenn man obsidian theoretisch so allgemein mit dem system hat ich glaube obsidian ist hier nicht emc regelbar doch ist sogar aber es hat eigentlich keinen eigenen emc wert aber wir können theoretisch alle dinge davon von emc erschaffen und alles ist theoretisch über eine enderman blaze und wollfarm schon lösbar obsidian zu bekommen ist dann mit eisen mit mit wasser und mit lava relativ einfach das bedeutet momentan laufen diese kompletten schmieden verschnellert muss man deutlich dazu sagen bedeutet wenn hier jetzt irgendwelche erze reingehen hier ist zum beispiel aus mir haben wir aus unserem inventar da der brennvorgang von dem aus mir um ist hier um einiges schneller und wir verbrauchen ein wieder herkehrendes oder wieder neu zufügendes material denn wir haben oben ja als einzige crew die wir gesehen haben hier pyrofoim chaos das ist nicht pyrofoim das war lava das war pyrofoim das hier ist blazing pyrofoim und diese chaos hier werden sowieso damit hier ausgenommen das ganze läuft über das me system als export und ist eigentlich eine ganz nette geschichte so der nächste teil den ich habe ist ich möchte die export basse das habe ich jetzt schon gemacht die export basse hier austauschen gegen interfaces interfaces haben den wundervollen vorgang dass wir hier zum beispiel 10 okay das ist eisen das da rein muss wir können hier jetzt einfach das eisen reinlegen und mit etwas glück unverstand das ganze nach oben oder nach unten setzen einfach einen kompletten stack nehmen dann kannst du das auf dem stack auffüllen und diese können wir hier komplett so auffüllen dadurch haben wir unsere festplatten ein wenig freier denn wir füllen automatisch hier jetzt insgesamt ich glaube sieben sind das 1 2 3 1 2 3 1 2 3 sind neun das sind faszinierende neun okay wir haben hier neun mal 64 eisenohrerze allgemein drin jegliche erzarten können wir hier natürlich rein exportieren und das bedeutet wir haben hier inzwischen speicher der sowohl unsere festplatten ein wenig leerer hält als auch theoretisch bei abgeschaltetem me system ein stündchen weiter läuft ungefähr nicht eine stunde aber schon ein bisschen und das werde ich mal ganz kurz für alle interfaces hier einstellen der nächste teil den wir dann optimieren müssen ist theoretisch die ausgabe von den jeweiligen fluids und das sollte eigentlich auch keine großartige problematik darstellen ich werde euch dann natürlich gerne zeigen wie wir das ganze lösen bis gleich so meine sehr verehrten damen tiere menschen und doktoren natürlich gibt es hier ein weiteres update von mir folgendes haben wir nun gemacht wir haben hier jegliche erze eingetragen diese werden mit einem nicht verstärkten conduit nach oben in den controller gesetzt das ist bei dieser schmelzengröße hier mehr als ausreichend eine sache die uns auf jeden fall noch fehlt die wir hinzufügen sollten wären seared slabs muss ich gerade ganz kurz noch dazu sagen seared slabs da sind sie das sind diese netten dinger hier und die müssen hier drauf aus dem einfachen grund dass das system nur dann vom überlaufen geschützt ist wenn kein blut in die schmelze generiert werden kann dafür brauchen wir aber eine möglichkeit dass hier so gut wie keiner rein kann lasst uns in dem fall nicht slabs nehmen sondern lasst uns eventuell glas nehmen das ist vielleicht keine so doofe idee bei slabs könnte es sein dass drinnen etwas spawnt wenn das ein bisschen doof eingestellt ist irgendwie am blood moon das bedeutet wir decken das komplette teil hier oben jetzt mit hilfe von glas ab wenn ihr ganz ganz sicher gehen wollt und nicht viel licht allgemein vorhanden habt dann nehmt in so einem fall bitte einfach glowstones oder andere lichtblöcke die komplett geschlossen sind dass keine mobs reinlaufen können das ist wichtig damit das system was ich euch gleich zeigen werde was wir hierfür gebaut haben nicht überläuft und keine probleme verursacht denn eine seared smeltery beziehungsweise eine tinkers construct smeltery ist nicht nur in der lage erze in jeweilige roherz formen in liquid form zu verwandeln sondern auch die möglichkeit villager oder mobs in solche sachen zu verwandeln über ex nihilo ist es zum beispiel möglich dass man in einer schmelze glue aus pferden bekommt also klebstoff aus pferden bekommt beziehungsweise man bekam das in früheren versionen man hatte die möglichkeit aus jeglichen arten von mobs blut für die schmelze zu bekommen wenn sie dort in verarbeitetem liquid drin stehen und genau diese geschichte da habe ich mich verklickt sollt ihr vermeiden in dem hier eben nichts rein kann wenn ihr euch jetzt denkt hey ich habe hier oben ausgeleuchtet hier kann nichts drin sein dann gebe ich euch als ein kleines gegen argument die tatsache dass wir selbst hier unten schon in diesem video gesehen haben dass an manchen stellen dieser höhle ledermäuse spawnen ledermäuse haben einen relativ random fad wie sie fliegen und es kann passieren dass eine fledermaus in diese schmelze hineinfliegt und ab dem moment habt ihr einen überlauf nämlich das problem dass euer liquid nicht mehr rausgepumpt wird das würde ich in überlauf nennen folgendes unser system momentan ist so dass wir liquid pyroform hier ein einziges mal nur mit dem me system rausholen wir geben hier unsere ärzte in das komplette smeltery controllerchen rein dieses verarbeitet das mit pyroform das danach zu den liquid varianten davon danach haben wir hier oben einen weiteren smeltery drain rausgenommen wir haben die unten mal da gelassen falls man vorhanden mal irgendwas abschöpfen muss aus den jeweiligen sachen aber wir haben hier oben eine weitere hinzugefügt die kann an die spitze von dem ganzen ding dadurch hat es nämlich genauso gepasst wie wir es gebraucht haben hier haben wir ein fluid conduit das eine drum eine reinforced large drum sogar füllt von extra utilities ihr könnt hier jeden tank der ein bisschen größer ist nehmen ich bin großer fan von internal expansion beziehungsweise terminal audition tanks gewesen weil die einen automatischen export nach unten hätten wenn ihr sie mit einer range umschaltet hier haben wir die nicht drauf dementsprechend nehmen wir diese hier diese werden dann automatisch in einen casting basin umgesetzt und von hier aus gibt es einen wichtigen teil wir verwenden einen vanilla hopper der vanilla hopper hierfür wird verwendet damit ein überlaufschutz existiert denn würde das im e system nun ausgehen hätten wir hier die möglichkeit ein komplettes inventar voll erzen in der schmelze zu haben sogar ein bisschen über diesen schmelzen teil drüber also ein bisschen über das was hier drin ist weil in der schmelze auch noch was ist das ganze wird rausgenommen und es wäre die möglichkeit dass diese drum dann voll laufen könnte dadurch versuchen wir dauerhaft mal zu exportieren das könnte auch sehr sehr einfach funktionieren dass das exportieren hier theoretisch den engpass oder das überlaufen verhindert für den fall dass das noch nicht funktioniert würde dieses komplette hopperchen fünf komplette slots voll laufen mit einem stack von blöcken und dieses komplette interface würde einmal komplett vorlaufen also noch mal neun weitere stacks von blöcken und erst wenn all das voll ist bedeutet das interface kann nicht mehr abpumpen der hopper kann nicht mehr abpumpen der basin ist voll diese drum hier ist komplett bis zum ende gefüllt erst ab diesem moment füllt sich nach und nach die schmelze bis zum anschlag bedeutet wir haben eigentlich im idealfall immer eine leere schmelze sofort leer und haben dadurch weniger last auf dem smeltery controller deswegen haben wir auch die geschwindigkeit des brennens davon verändert das ist übrigens ein schöner sound ich weiß nicht welche maschine genau das so macht aber so es ist der block sound das ganze läuft jetzt momentan so dass die dinger immer fast direkt voll sind nur das abkühlen davon dauert seine gewisse zeit aber selbst das sollte im laufe der zeit funktionieren es läuft auf jeden fall um einige schneller als das vorherige system wo sowohl ein basin zum kasten als auch ein ingot casting durchgelaufen ist das wäre meine idee jetzt gewesen diesen kompletten teil hier zu verarbeiten ich habe das ganze hier vorne mit mit truhen und so weiter geregelt gehabt um die jeweiligen ärzte richtig auf dem schirm zu haben und das ganze läuft jetzt das kann jetzt auch für ewig durchlaufen solange diese ärzte die hier generiert werden abgefüllt werden können ist das ding hier problemlos gemacht wir sehen auch hier schon da haben wir was falsch eingestellt und ich denke mal es wird der fall sein dass es hier irgendwo genau die schmelze ist voll aber wir lassen nichts abpumpen bedeutet ich habe hier den export nicht an ist das korrekt hello er ist an aber du willst hier nichts rein tun jetzt bin ich kurz gerade ich verwirrt werde mal kurz weshalb möchtest du keine silbererze rausholen lasst uns noch mal ganz kurz da reinschauen ob wir da irgendwas an den priorities verstellt haben always active es möchte einfach nicht rausgeholt werden interessante wahl versuchen wir es mal ganz kurz so würdest du das ganze exportieren das würde funktionieren würdest du weiterhin das ganze exportieren bitte einfach ein neu gesetztes es füllt sich weiter das bedeutet es wird funktionieren gut dann hatten wir da gerade einfach nur einen einfachen bug passiert so auch das hier müssen wir dann hier unten wahrscheinlich noch anschalten oder gucken ja okay es läuft jetzt los und das ganze wird reingehauen und wenn wir jetzt mal ganz kurz gucken wie sieht es denn in diesem lagersystem hier mit block aus bl ck es ist nicht im auto search und es ist nach typ gesortiert das werde ich euch irgendwann austreiben wenn wir uns jetzt hier einfach mal angucken wir wissen dass jetzt gleich ein silberblock irgendwo ankommen sollte ähm wir haben momentan 515 block auf silber und wir gucken jetzt mal ganz kurz ob sich diese 515 block auf silber nicht silber sondern silber upgraden oder updaten wir gucken drauf da sind 516 wunderbar das bedeutet im endeffekt selbst das haben wir geschafft und wir gucken mal auf die ärzte ob wir theoretisch oder nehmen wir zum beispiel einfach mal silber oder wir wissen ja jetzt dass da ein teil von abgepumpt wird ihr seht ihr es die ärzte werden sogar weniger wenn das ganze durchgelaufen ist dann haben wir sogar die kompletten ärzte davon gelöst jetzt gibt es ein kleines schmanke liefen für euch ich werde dieses video hier als diese einzelnen folgen als diese einzelne folge ich kann immer noch nicht reden aber ihr kennt es nicht anders werde dieses video hier als einzelne folge absetzen für euch wir haben hier das selbe problem fällt mir gerade auf moment und nein hier ist nichts drin wait a minute eh nein mit ah wenn ich einzelne einstellungen nicht äh komplett auf dem schirm habe das wird jetzt komplett gefüllt und dann geht nämlich hier auch die party los ihr seht schon hier wird schon raus gesetzt und so weiter und so fort ähm wenn euch das hier gefallen haben sollte dass ich mal so eine creative folge gemacht habe wo ich solche probleme hier löse dann lasst es mich bitte in den kommentaren wissen wenn euch das ganze wirklich gefallen haben sollte werde ich gerne mal mit den leuten sprechen ob ich hier allgemein mal ein paar von den sachen immer wieder optimieren darf das hier war jetzt theoretisch folge nummer eins katze fixed und äh ja wir haben theoretisch noch ein bisschen was was man fixen könnte ich werde oben jetzt wieder die query ausmachen denn für die haben wir noch keine lösung gefunden und ich werde dann mal schauen ob ich für die query irgendwann eine lösung finden will oder werde das kommt darauf an wie das video ankommt mir persönlich hat es sehr viel spaß gemacht dankeschön an hunter master nym nos und chonxi dass ich hier was aufnehmen durfte und ja ich hoffe ihr habt euch über eine runde minecraft gefreut meine katze fixed es und ich hoffe euch hat es gefallen wir sehen uns beim nächsten mal wieder macht das gut und bis dahin erstmal rau rau rau